Einfach mehr Kanäle. Das ist unser neues Motto auf YouTube. Nachdem unsere Online-Lernbibliothek videotobrain.com ständig wächst und somit auch unser YouTube-Kanal aus allen Nähten platzt, gibt es ab jetzt einzelne Spatenkanäle, um es Ihnen einfacher zu machen, die für Sie wichtigen Inhalte zu finden und am aktuellsten Stand zu bleiben. Mit unseren Business-Tutorials zu Themen wie Word, Excel, Mitarbeiterführung und vielem mehr bleiben Sie immer am aktuellsten Stand. Einfach hier rechts bei den angesagten Kanälen auf Abonnieren klicken und Sie werden sofort informiert, sobald ein neues, spannendes Tutorial zu diesem Themengebiet online ist. Neben dem Business-Kanal gibt es die Extra-Kanäle zu den Themen Design und Illustration, Video und Audio, 3D und CAD, IT Pro und Administration, alles rund ums Web sowie Programmierung. Bildbearbeitung und Fotografie-Begeisterte finden alle neuen Videos wie gehabt auf dem bestehenden Video2Brain YouTube-Kanal. Bei Fragen und Wünschen schreiben Sie uns einfach eine Nachricht. Noch mehr Gratis-Videos ohne Werbung gibt es übrigens auf Video2Brain.com in den Trainingskategorien unter dem Tab Gratis-Tutorials. Also dann viel Spaß beim fleißigen Abonnieren und mit den Video-Trainings von Video2Brain. Video2Brain